Levin, wo bist du? Hier. Was machst du wieder? Ein bisschen am Umhang. Am Trainieren meine ich. Hallo zusammen, ich bin Levin Struphard. Ich bin 12 Jahre alt. Ich wohne in Südendorf. Und mein Hobby ist Sportklettern. Ich leere schon seit ich 6 bin. Und seit 3 Jahren bin ich im Regionalkader Berner Oberland. Dank der Unterstützung meiner ganzen Familie, meinem älteren Bruder, meiner jüngeren Schwester und natürlich meiner Eltern durfte ich schon Erfolg feiern. Mein nächstes grosses Ziel ist, in die Junioren-Nazi zu kommen. Für das Ziel zu erreichen, investiere ich viel Zeit. Ich bin 15 Jahre alt. 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 Vielen Dank. Alle levy, alle levy. Das brauche ich euch, euch dem.